Am kommenden Wochenende erwartet der ADAC nur wenige Staus. Zeitweise eng kann es in den Ballungsräumen und auf den Winterstau ruten werden. Außerdem kann es auch durch die Witterung Verzögerung geben. Mit Behinderungen müssen Sie rechnen auf der A1 von Köln bis nach Hamburg. Dazu sind die beiden Nord-Süd-Verbindungen gefährdet. Zu Staus kann es kommen auf der A3 zwischen Frankfurt und Passau, sowie auf der A5 ab dem Hattenbacher Dreieck bis nach Basel. Auch auf der Strecke zwischen Mannheim und Nürnberg und zwischen Karlsruhe und München kann es zu Behinderungen kommen. Mit kurzen Staus müssen Sie auch auf der Umfahrung München und weiter auf der Strecke nach Salzburg rechnen. Betroffen sind auch die A93 zwischen dem Inntal-Dreieck und Kufstein und die A95 bis Garmisch-Partenkirchen. Die Autobahnen im benachbarten Alpenraum gehören am Wochenende wieder den Wintersporturlaubern. Allerdings ist der Andrang auf die Pisten abgeflaut. Mit Regenverkehr müssen Sie rechnen in Österreich auf der West-, auf der Tauern-, der Inntal- und auf der Brennerautobahn. Auch in Italien ist die Brennerroute stark belastet. In der Schweiz müssen Sie auf der Strecke St. Gallen, Zürich, Bern und auf der Gotthardroute mit Behinderungen rechnen. In allen Ländern sind die Zufahrtsstraßen in den Wintersportgebieten gefährdet. Übrigens, an den Grenzen wird weiter kontrolliert. Das führt immer wieder zu Wartezeiten. Denken Sie daran, alle Reisende müssen stets gültige Ausweispapiere mit sich führen. Darüber hinaus sollte man keine Anhalter mitnehmen. Schauen Sie nach vorne. Kommen Sie gut an. Die Zufahrtsstraßen in den Wintersportgebieten.